Hallo, Servus! Wir sind die Sick & Testre Buben aus dem Kuhigrom. Sick & Testre? Sick & Testre, ja, aus dem Kuhigrom. Wir dürfen bei Leon's Massacre auf der Cetiri-Louis-Show spielen. Am 28.03. in Graz, gell? Schaut's alle vorbei. Wir freuen uns natürlich sehr drüber. Meine Frage an den Florian. Florian, was erwarten Sie von dieser Show? Ja, ich erwarte viel Gaudi, ein paar Toblerwein und viel Gaudi und Schnups. Warum stehen wir heute nur zu zweit hier und nicht zu dreht, Florian? Ja, wir haben kurzfristige Momentänderungen, interne Änderungen vornehmen müssen. Das ist jetzt das Business-Konzept und wir müssen, ja, Sparmaßnahmen. Wirtschaftskrise trifft leider uns auch sehr hart, gell? Ja, wir bedanken uns bei Unger Klaus, er fährt durch das Video dann, dass er draußen ist. Sein Minus hat er schon bekannt und das weint er schon. AHH! NAN! AHH! AHH! 28.03. Schaut's vorbei. Leons Massaker! Sein Silis! In Dis Temple! Wulftiers, glaub ich. Und Second Test-Roy! Second Test-Test... Irgendwie so ein Kuhlgramm heute erwähnt. Kuhlgramm sind vollkommen. Nebenbei, da vorne wisst ihr. Ah, da ist ja schon der Klaus! Da ist ja der Klaus, ey! Klaus doch auch noch mal was! Häh, ich bin der Klaus! Hallo, ich bin der Klaus! AHHHH! 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 Das sind wir, nur so nebenbei. Sehr gerne, sehr gerne. Nein, wir sind heißse Jungs. Warten auf dich. Okay. Das passt. Tschüss! Baba, tschüss! Tschüssi, Baba! AHHHH! AHHHH! Erdbämm! Was war das denn?